Ich bin so ein Typ, ich möchte gerne mit dem Produkt und mit dem Menschen zu tun haben, der das Produkt produziert. Das ist das, was es ausmacht. Und das ist genau das, was ich seit 35 Jahren genieße. Mein Name ist Anja Schneider. Ich bin tätig im Qualitätsmanagement im Conti Lifecycle. Wir runterneuern LKW-Reifen. Das ist der Zweck unserer Unit. Wir verkaufen ja den LKW-Reifen als Komplettpaket, sodass wir auch hinterher die Karkasse zurückkaufen, um dann wieder neues Material aufzubringen, um dem dann den ökologischen Kreislauf wieder zuzuführen. Ich finde das schon gut, dass wir nochmal ein zweites Leben schenken. Ich wollte einen sicheren Arbeitsplatz haben und ich möchte gerne bei einem Arbeitgeber starten und auch von da aus in den Ruhestand gehen. Ich habe 1980 angefangen, hier bei Conti zu lernen. Das war damals das Projekt Mädchen in Männerberufen. Ich habe dann da einige Stationen durchlaufen und da war es ganz einfach, mich in einen anderen Bereich unterzubringen. Mich macht es schön stolz, dass ich hier in diesem Unternehmen ein Baustein sein darf. Ich freue mich wieder, einen guten Reifen am Ende des Tages auf die Straße gebracht zu haben. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt, die Sicherheit für die Mitmenschen umzusetzen. Das ist das, was mich immer gleich。 Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020